Herr Stellmacher sah natürlich schon wie eine Niederlage aus. Umso glücklicher sind Sie sicher über die Punkteteilung zum Schluss? Ja klar, wenn wir in der Nachspielzeit noch den Ausgleich machen, ist das immer ein bisschen glücklich. Allerdings denke ich, im gesamten Spielverlauf war die Punkteteilung denke ich ein gerechtes Ergebnis. Wir sind durch eine zweifelhafte Elfmeter-Entscheidung in Rückstand geraten. Wäre natürlich ärgerlich gewesen, durch so eine Entscheidung dann die Punkte liegen zu lassen. Deswegen sind wir natürlich umso glücklicher, dass wir dann in der Nachspielzeit uns noch für eine korrigierte Viertelstunde vor Schluss noch belohnt haben mit einem Punkt. Sie haben sicherlich den Ausgleich erzwingen wollen. Wie haben Sie es umzusetzen versucht? Ja, wir haben dann noch offensiv gewechselt, haben dann mit zwei klaren Sturmspitzen gespielt, haben dann noch mit einem Zehner gespielt und wollten viele Bälle dann ins Zentrum reinkriegen, um auf die ersten und auf die zweiten Bälle zu kommen. Am Ende war es dann die Brechstange und einmal hat es geklappt. Von daher sind wir froh drum. Die Schiedsrichter-Entscheidung zum Strafstoß haben Sie angesprochen, es gab noch zwei andere, die zumindest markant waren. Die gelb-roten Karten, zum einen gegen Sie, dann in der 88. gegen Ihren Gegner. Wie bewerten Sie diese Situation? Der Elfmeter war direkt hier bei uns auf der Höhe. Das ist ein ganz normaler Zweikampf. Der Spieler macht es dann gut, lässt sich fallen. Der Schiedsrichter gibt einen Elfmeter. Relativ zweifelhaft. Dann hätte er uns in der ersten Halbzeit hier beim Giuliano Graal auch einen Elfmeter pfeifen können. Von daher war das relativ zweifelhaft. Und dann die rote Karte, das war ja eine dunkelrote Karte, wegen angeblicher Schiedsrichterbeleidigung. Ja, ich war nicht dabei. Laut dem Spieler hat er nichts gesagt. Der Schiedsrichter sagt, er hätte ihn beleidigt. Es steht Aussage gegen Aussage. Fakt ist, dass der Spieler jetzt erstmal in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung steht. Das schmerzt uns. Aber wir wollen natürlich versuchen, mit unserem Kader den Ausfall dann zu kompensieren. Als Aufsteiger werden Sie sicherlich zufrieden sein, so nah an der Spitze zu stehen. Ja, klar. Wir sind mit dem Saisonverlauf absolut zufrieden. Wir haben vor der Runde gesagt, wir wollen so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich denke, das haben wir bisher ganz gut hingekriegt. Wir haben gesagt, wir wollen die ersten vier Spiele nach der Winterpause abwarten und uns dann neue Ziele stecken. Wir sind jetzt immer noch in der Spitzengruppe unter den ersten vier. Da wollen wir natürlich jetzt bis zum Ende auch drin bleiben. Was dann am Ende der Runde dabei rauskommt, müssen wir sehen. Aber wir wollen auf jeden Fall unter den ersten vier bleiben. Und ob es dann für den ganz großen Kuh langt, schauen wir mal. Wir wollen weiter so arbeiten. Wir haben nächste Woche dann wieder ein schweres Spiel beim FC Spöck. Die brauchen auch ihre Punkte gegen den Abstieg. Von daher wollen wir Woche für Woche unsere Leistung abrufen und dann gucken, was unterm Strich dabei rauskommt. Herr Stellmacher, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Danke auch.